Ich bin Elisabeth Kahn und ich leite das Integrationshaus. Wir sind eine Migranteneinrichtung hier in Köln-Kalk. In diesem Projekt bringen wir Menschen zusammen, also ehrenamtliche und geflüchtete Menschen. Und das Besondere ist, es stehen richtige Freundschaften daraus. Ich bin Mariame Barnabichwili und komme aus Georgien. Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland. Ja, deutsche Sprache fand ich sehr schwer für mich und die haben mir ehrenamtlich geholfen. So, auf geht's. Was liegt an? Wir haben eine Aufgabenstellung bekommen. Ich mache das, weil Frau Barnabichwili das Zeug dazu hat und ganz ganz kleine Hilfe nur braucht. Ansonsten macht sie alles alleine. Die Menschen, die ich hier kennengelernt habe und denen wir ganz geringfügig helfen, die sind ein Gewinn für diese Gesellschaft. Jetzt habe ich mein Abitur bestanden und ich freue mich darauf. Und deswegen finde ich es toll, dass die Fernsehliterie dieses Projekt mit rund 79.000 Euro unterstützt. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Die Seele baumeln und sich verwöhnen lassen. Eine Wellnesswoche für zwei Personen im Hotel Dollenberg im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 41 16 853. Einen VW Golf Sports Van gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 14 22 7 96. Erleben Sie eine Woche Wohlfühlprogramm in einem vier Sterne Superior Hotel im niederländischen Künstlerstädtchen Otmasum. Eine einwöchige Reise für zwei Personen gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 83 16 088. Einen VW Take-up gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 32 99 119. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 04 85 789. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter.